Er versandet dann am Ende doch durch diesen Ballverlust. Das ist eine dicke Chance. Und sie legen nach zwei Tore. Das scheint ihr Tag zu sein in dieser Finale. Noch mal das Tor in der Wiederholung. Viele werden jetzt sagen, was ist das für ein merkwürdiges Stellungsspiel. Ich würde mich denen anschließen, ehrlich gesagt. Also so hast du keine Chance, den zu halten.